Hallo ihr Lieben, es ist Antje Meier von Rapport und Beziehungscoach in Hamburg. Nächstes Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und auch noch viele weitere lustige Themen. Vielleicht nächstes Jahr noch viel mehr Themen. Genau, einmal, was wollte ich sagen, ja ich hoffe ihr kommt gut Richtung Weihnachten. Heute haben wir das lustige Thema, ja kein Sex vor der Ehe, wenn ich das so richtig gelesen habe, auf die Schnelle. Ähm, Selbstliebe-Challenge geht wieder im Januar los und am 26. Dezember, also ein paar Tagen Manifestationskurs wieder. Am Sonntag dürft ihr gerne mal auf Twitch vorbeikommen, twitch.tv-Liebeschip um 20 Uhr. Da wollen Aline und ich so einen Polaritäts-Talk machen. Und, genau. Und die Kurse werden teurer nächstes Jahr. Reiß, also deckt euch noch ein. Gut. Und die Welt ist nicht untergegangen. Mensch, heute ist doch der 22. Echt dickstes. Ach Mensch. Beziehungsweise ist auch keine, weiß ich nicht. Wo sind die Raumschiffe? Wo sind die? Ach, wo ist 5D? Ah ja, okay. Ähm, Insider. So, hallo Christian, ich habe jetzt jahrelang Therapie hinter mir. Also, wenn du auch solche Nachrichten schenken willst, geht es über ein Formular auf, liebeschipfung.de übrigens. Ich habe jetzt jahrelang Therapie hinter mir und einiges aufgearbeitet. Und die Beziehungen, die ich anziehe, werden immer gesünder. Sehr schön. Ähm, jetzt habe ich einen Mann kennengelernt, der gläubig ist. Äh, und laut seiner Aussage mit dem Sex warten will. Nicht bis zur Ehe, aber immerhin, äh, bis man sich besser kennt. Ja, gut. Puh, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welchen, ich bin ja jetzt auch nicht so viel, in welchem Glauben das überhaupt noch so ist in mir. Ähm, aber gut, wenn es wirklich, also wenn das wirklich sagt, ey, das ist mein Glaube, dann würde ich, dann ist okay, ne? Also, ich meine, wer weiß schon, was richtig ist, also. Was ich komisch finde hierbei ist, dass es eben nicht eine klare religiöse Regel ist, die wir hier haben, sondern, äh, eine vage Aussage. Also, wenn er jetzt wirklich sagen würde, ja, kein Sex vor der Ehe, das wäre eine klare, klare Linie, die kann man machen, ne? Wenn man, ist ja, jeder ist ja frei, was er zu machen, was er will, ne? Ähm, oder ist hier gemeint, was auch okay wäre, ähm, ja, ich, ich bin picky und möchte auch nicht jeden nach mich ranlassen und, ähm, ja, will deswegen warten, dann hätte es aber wiederum nicht zwingend mit Glauben zu tun, sondern einfach mit, ja, also, entsprechenden Standards, die man hat, das wäre auch wiederum okay, so, ne? Ähm, Seit sechs Wochen sind wir zusammen und seit zwei Wochen habe ich das Gefühl, dass wir einen Punkt überschritten haben, bei dem er irgendwie trotz hoher Anziehung und Petting in die Friendszone gerutscht ist und ich sexuell nicht mehr viel Interesse habe. Ja, das, ich finde das schwierig, also, äh, wenn man jetzt schon sagt, äh, wir warten mit Sex und so, äh, ja, was bringt es dann irgendwie, sich da gegenseitig heiß zu machen und keine Ahnung, also, ähm, also meine Meinung ist, aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, meine Meinung ist, ähm, natürlich sollte man, äh, vorsichtig sein und gucken, wen man da vor sich hat, äh, da kann man auch, ja, gut, dann muss das jeder für sich entscheiden, da kann man auch sagen, ich, äh, warte, also ich glaube, ähm, soweit ich weiß, ist das beim, bei, äh, SLAA, also Sex and Love Addicts and Nominalists, äh, empfehlen die teilweise auch solche Sachen, ähm, dass man erstmal wartet, bis die Beziehung steht, bevor es Sex gibt, so, ähm, aber die andere Seite ist halt, ähm, dass man sozusagen, also die Natur hat sich ja was gedacht bei der ganzen Sache, das vergisst man immer wieder beim Dating, das ist ja auch, äh, die Natur, ja, wie natürlich, dass wir unsere Gene verbreiten und, äh, ja, dazu gehört halt Sex und, ähm, ja, das hat ja auch einen Grund, warum, äh, warum Sex dann eben auch irgendwo dazugehört und, äh, und es fühlt sich dann komisch an, zumindest aus heutiger Sicht, aber vielleicht war es früher genauso, weiß ich nicht, ähm, dann keinen Sex zu haben, ne, das ist wiederum aus deiner Sicht völlig okay, so, ne, ähm, und das geht, glaube ich, vielen Frauen so, äh, wenn es irgendwie nicht weitergeht, ähm, dann, ja, verliert man irgendwo das Interesse so ein bisschen, ne, ist wie es ist, ne, du kannst ja, ist ja auch mit dir klarkommen, so, wie, so gut wie es geht, ne, ähm, ähm, ja, in deinem Buch hast du erwähnt, der Liebesgoat, ähm, dass zu langes Warten auf Sex das gemeinsame Sexleben kaputt machen kann, meinst du, dass es auch bei uns passiert? Naja, damit ist das wirklich allgemein so kein Sex vor der Ehe und dass man unter Umständen dann monatelang, äh, keinen Sex hat, also gegenseitig in so eine unteraktivierte Freundschaftsbeziehung rutscht, dann in der Ehe das erste Mal Sex, dann ist alles awkward und, äh, komisch und man stellt vielleicht fest, das passt gar nicht so richtig, das war eher damit gemeint, also hier wird ja eher, der Datingprozess irgendwo, äh, läuft für dich nicht so, wie du es gerne hättest, was auch wiederum völlig okay ist, ne, ähm, ich glaube mal so statistisch beim Datingprozess, wo beide interessiert sind, hatte man sicherlich nach sechs Wochen Sex, ähm, aus heutiger Sicht und, ja, also das finde ich völlig in Ordnung und dass du das komisch findest, ne, ähm, kann es sein, dass er einfach nicht genug in seiner Polarität ist und der Grund, dass er warten will, eher eine versteckte Angst vor Nähe ist, beziehungsweise unter dem Deckmantel seines Glaubens, ja, also das kann kein Mensch sagen, glaube ich, dass es, äh, kann sein, kann auch sein, es ist der Glaube, ist ja für uns, äh, heutzutage in unserer säkularen Welt schon fast befremdlich, wenn jemand, ähm, da, das so als Grund herzieht, geht, aber wenn es wirklich nur Bindungsangst wäre, müsste man, also, könnte man das auch einfacher ausdrücken, ohne dass man so eine Umweg nimmt über den Glauben, ähm, ähm, also, man muss jetzt nicht immer, nur weil irgendwas nicht funktioniert, da hinter Bindungsangst vermuten, manchmal funktioniert es einfach nicht, manchmal passt es einfach nicht, also, unter Umständen seid ihr einfach nicht kompatibel und fertig, und, äh, habt einfach völlig unterschiedliche Vorstellungen, und dann ist es so, ne, dann, äh, muss man das halt akzeptieren, und, äh, ja, und ich glaube schon, dass jemand trotzdem seiner Polarität sein kann, und einfach ganz andere Vorstellungen von Sex haben kann, also, das muss auch nichts mit Polarität zu tun haben, ne, ich würde einfach sagen, don't overanalyze, ne, also, ich würde das jetzt nicht überanalysieren, und einfach akzeptieren, das ist, wie es ist, ne, so, ja, äh, falls, weiß nicht, falls wir uns noch sehen, vor Weihnachten, eventuell morgen Abend, aber kann auch sein, dass es nicht klappt, ähm, ansonsten wünsche ich schon mal richtig nice geile Weihnachten, trotz allem, und wir werden uns bald wiedersehen. mit dem DINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Untertitelung des ZDF für funk, 2017